Ich schreibe mich groß an. Ihr sagt mal los Moin Moin. Also Moin Moin. Ihr sagt mal los Moin Moin. Achso. Wer von euch weiß denn, wo man in unserem Land Moin Moin sagt? Im Montagell. Genau. Wo sagt ihr Grüß Gott? Ihr kennt euch aus. Prima. Wer sich schon denken kann, wie es weiter geht, kann ich gerne mit einstellen. Ich geh einmal los Land. Gab jemand in die Hand. Und sag dann Moin Moin. Das hat er mich groß an. Hier sagt man nur Glück auf. Achso. Glück auf. Hier sagt man nur Glück auf. Achso. Sagt man das ja? Genau. Überall wo der Baum ist. Ich nehme jetzt. Ich gehe mal los Land. Es gab jemand in die Hand. Und sagt dann durchaus. Da fragt er mich groß an. Ihr sagt mal nur Hallo. Achso. Hallo. Ihr sagt mal nur Hallo. Achso. Na wohl? Ja. Sagt von mir aus. Da kannste. Hatte mal Lust zu probieren eine Schwung. Ich ging einmal durchs Land. Da kriegt er in die Hand. Und sagt dann Hallo. Das hat er mich groß an. Hier sagt man nur Hai. Achso. Hai. Hier sagt man nur Hai. Hallo. In der alten Klasse zum Beispiel. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017